Solange die Ukraine mit Geld vollgepumpt wird, hat die Elite der Ukraine kein Interesse an Verhandlungen, weil sie kann sich die Taschen füllen. In dem Moment, wo wir denen den Geldhahn zudrehen, wird es eine Verhandlungslösung geben müssen. Das ist dann gut für die Ukraine, es ist gut für Russland und am Ende natürlich auch für uns. Wir brauchen keinen Krieg in Europa. Die Europäische Union wird der Ukraine einen weiteren Kredit in Höhe von 50 Milliarden Euro überweisen. Damit sollen Waffen gekauft werden und die Pleite der Ukraine verhindert werden. Um diese unglaubliche Summe und weitere spannende Fakten geht es in der heutigen Folge von Jörg Oban direkt. Herr Oban, was halten Sie von der Entscheidung, jetzt nochmal der Ukraine über 50 Milliarden Euro zu geben? Ganz schlechte Entscheidung und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, der Krieg geht weiter, also das Sterben geht weiter auf beiden Seiten. Wir sagen immer, wir brauchen endlich Verhandlungen. Solange die Ukraine mit Geld vollgepumpt wird, hat die Elite der Ukraine kein Interesse an Verhandlungen, weil sie kann sich die Taschen füllen. Wir sollten nie vergessen, die Ukraine ist eines der korruptesten Länder der Welt und das Geld verschwindet zum großen Teil tatsächlich in dunklen Kanälen, sagen wir mal, in den Taschen der regierenden Elite. Dazu kommt, es ist ja auch eine finanzielle Belastung für unser Land. Wenn wir uns umschauen, was draußen los ist, es gibt Menschen, die wissen zum Monatsende nicht, was sie sich noch leisten können, weil es Geld alle ist durch die Inflation. Das ist ja der Effekt davon, wenn wir immer mehr Geld ins Ausland verteilen und nicht für unsere eigenen Bürger haben, dann verarmt die eigene Bevölkerung. Also auch das ein guter Grund dagegen zu sein, dass wir jetzt wieder weiteres deutsches Steuergeld in die Ukraine pumpen. Ich habe gelesen, dass das Geld eben nicht nur für Waffen oder für allgemeine Sachen ausgegeben wird, sondern auch für ukrainische Rentner da drüben. Nun stelle ich mir die Frage, von diesen 50 Milliarden Euro, die die EU jetzt der Ukraine gibt, ist auch ein großer Anteil Deutschen, beziehungsweise sächsischen Steuergeld mit dabei. Und wir haben in Sachsen selbst hier über tausende oder tausende Rentner, kann man ja sagen, die weniger als tausend Euro im Monat bekommen. Die zahlen aber mit ihren Steuern jetzt ukrainischen Rentnern das Geld, damit die höhere Renten kriegen. Das hat doch nichts mit Solidarität oder mit Fairness zu tun hier. Naja, wir haben im Sächsischen Landtag, ja selbst hier im Sächsischen Landtag, unsere sächsische Landesregierung aufgefordert, sich endlich für Verhandlungen einzusetzen und die Bundesregierung auch dazu zu bringen, mit dem Geldüberweisen aufzuhören. Vordergründig müssen wir diesen Krieg beenden. Wir müssen das Sterben beenden. Und natürlich am Ende sind wir in einer Situation, wo jetzt unsere Rentner in die Armut getrieben werden, damit die ukrainische Regierung Renten auszahlen kann. Also eine völlig absurde Situation, weil uns mit der Ukraine eigentlich nichts verbindet. Wir sind kein EU-Mitglied, kein NATO-Staat. Wir haben mit diesem Land, mit diesem korrupten Land eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und jetzt werden dort in Größenordnung deutsche Steuergelder reingepumpt. Also das darf nicht so weitergehen. Und wie gesagt, die Ukraine könnte ihre Renten wahrscheinlich selbst bezahlen, wenn sie diesen Krieg nicht führen würde. Nun gab es ja ein Land, was gegen die 50 Milliarden Euro protestiert hat, dass die das nicht mitmachen wollten, nämlich die Ungarn. Die wollten nicht, dass dieser Kredit an die Ukraine ausgezahlt wird. Nun habe ich gehört, dass die USA da vor allem Druck auf Ungarn gemacht haben, dass die doch einknicken sollen, damit der Beschluss durchgeht. Wissen Sie darüber mehr? Es war nicht nur die USA, es ist vor allen Dingen auch die EU selbst gewesen, die Druck ausgeübt hat. Man hat den Ungarn gesagt, wenn ihr nicht mitmacht, wenn ihr nicht zustimmt zu diesen 50 Milliarden, die jetzt die Ukraine von der EU kriegen soll, dann führen wir einen internen Wirtschaftskrieg gegen euer Land. Wir benachteiligen euch, wir werden gegen den Forend, gegen eure Landeswährung arbeiten. Wir werden euer Land nicht mehr kreditfähig sein lassen. Das sagen die so offen als Drohung. Das wird in der Zeitung geschrieben. Das wird natürlich auch von EU-Parlamentariern weiter kolportiert. Ich denke schon, dass das so stattfindet. Und dass die USA sich einmischt, ist ja nun besonders perfide. Was geht es die USA an, ob die EU Steuergeld ihrer Bürger in die Ukraine überweist? Also dass die USA sich hier auch wieder einmischt und sagt, ihr Ungarn, ihr kriegt von uns Wirtschaftssanktionen als USA. Eure Firmen dürfen bei uns nichts mehr verkaufen und so weiter, wenn ihr nicht zustimmt, dass die EU dieses Geld in die Ukraine überweist. Das macht noch einmal mehr deutlich, es ist ein Stellvertreterkrieg, den die USA in der Ukraine gegen Russland führen. Und sie zwingen ihre Partner dort zu finanzieren und mitzumachen. Also es ist völlig pervers. Und ja, Ungarn ist eingeknickt. Was macht ein kleines Land, was wirtschaftlich natürlich eingebunden ist, wenn es so erpresst wird? Aber das zeigt eben auch, auf was für einem Niveau wir miteinander arbeiten innerhalb der EU oder auch mit unserem Partner in der Atlantik. Ich wollte gerade sagen, das muss diese Partnerschaft auf Augenhöhe sein, von der er immer angesprochen hat. Gegenseitige Interessen waren und das und jenes. Richtig. Was hat damit nicht zu tun? Nee, überhaupt nicht. Das ist die Verlogenheit, wo ich auch sage, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, das haben wir ja von Anfang an gemerkt, von den USA eingefordert, von der EU umgesetzt und von den USA nicht eingehalten. Also die USA machen immer noch mehr Geschäfte mit Russland, als es die EU macht. Also wir haben dort einen Partner, der eigentlich nur seine eigenen Interessen durchsetzt. Und wir als kleine Partner sollen nach seiner Pfeife tanzen. Und deswegen sind wir auch so kritisch, wenn wir sagen, ja, diese Partnerschaft, die muss auf Augenhöhe sein. Und wenn sie das nicht ist, dann müssen wir eben auch mal ein Stück zurückfahren und sagen, unsere Interessen zuerst. Und wir möchten eine gute Partnerschaft mit den USA, wir möchten eine gute Partnerschaft mit Russland, mit China, mit anderen Ländern. Also unser Interesse muss wieder, sage ich mal, mindestens genauso schwer wiegen, wie das Interesse unserer Partner. Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich im Sächsischen Landtag für den Frieden einsetzen hier. Nun würden linke Journalisten sagen, man müsste doch die westlichen Werte in der Ukraine verteidigen. Das ist doch das Bollwerk gegen den bösen Russen in dem Moment. Was würden Sie da dem Journalisten antworten, wenn er so argumentiert? Also die Ukraine ist ein autoritär regiertes Land und es ist ein durch und durch korruptes Land. Das war übrigens schon vor Beginn des Krieges so und das ist heute nicht anders. Das heißt, wenn linke Journalisten oder auch Frau von der Leyen, die EU-Gratsvorsitzende, in Klammern CDU, davon spricht, dass in der Ukraine unsere Werte verteidigt werden, dann weiß ich nicht, von welchen Werten sie redet. Wenn es nicht steht für Korruption, ein Schuldeingeständnis, sie steht für autoritäres Regieren. Also insofern ist das schon wahrscheinlich nicht wirklich eine Parallele zur EU, aber nicht ehrlich. Unsere demokratischen, freiheitlichen Werte, die werden in der Ukraine mit Füßen getreten. Die Oppositionsparteien sind zum größten Teil verboten. Es gibt eine gleichgeschaltete... Das klingt fast wie in Deutschland, da wollt ihr auch über das Verbot der größten Oppositionspartei. Das sind aber nicht unsere Werte. Das ist nicht Demokratie und das ist nicht Freiheit. Die Medienlandschaft völlig gleichgeschaltet. Es darf nur noch das berichtet werden, was von der Regierung freigegeben ist. Minderheiten werden unterdrückt. Wir haben ja große Minderheiten. Die Russen stellen ja ein Drittel der Bevölkerung. Die ethnischen Russen der ukrainischen Bevölkerung dürfen ihre Sprache nicht mehr pflegen. Auch die Ungarn in der Westukraine dürfen ihre Sprache nicht mehr an der Schule pflegen. Die Kirche ist unterdrückt worden, wird vertrieben und ersetzt durch eine neue Staatskirche. Also das sind alles Vorgänge, wo man normalerweise sagen würde, das steht im krassen Widerspruch zu unseren freiheitlichen, demokratischen Werten. Also vielleicht kurz und knapp, in der Ukraine werden keine demokratischen und freiheitlichen Werte verteidigt. Nun ist es ja so, dass keiner letztendlich von dem Krieg im Moment profitiert. Wir bezahlen einen Haufen Geld. In der Ukraine sterben Hunderttausende. Warum schafft man es nicht, dort eine Lösung zu finden, dass beide Seiten an den Tisch gehen und den Konflikt auf diplomatischem Weg in den Griff bekommen? Also es gibt durchaus Profiteure dieses Krieges. Das eine ist die Rüstungsindustrie, vor allen Dingen die amerikanische Rüstungsindustrie oder große Investmentgesellschaften, die Blackrock, die ihr Geld ja in den Rüstungskonzernen drin haben. Und natürlich die ukrainische Führung, großer Profiteur, die werden alle zu Multimillionären während dieses Krieges, weil sie sich die Taschen mit unserem Geld füllen können. Also es gibt Profiteure, das ist mal ganz klar. Und das müssen wir uns klar machen. Wenn wir diesen Krieg beenden wollen, dann müssen wir diese Profiteure sozusagen von der Verhandlungsfläche runternehmen, weil die haben kein Interesse am Ende des Krieges. Es muss eine Verhandlungslösung geben, die war auch schon mal zum Greifen nahe, zu Beginn des Konflikts im März 2022. Da war Russland und die Ukraine fast schon so weit, eine Verhandlungslösung zu finden. Dann ist der Westen reingekretscht, insbesondere England und die USA hat gesagt, nein, kein Frieden. Ihr kriegt Geld, ihr kriegt Waffen, ihr könnt euch die Taschen füllen. Hauptsache der Krieg geht weiter. Das heißt, wir müssen im Prinzip die Profiteure entmachten. Das heißt, wir müssen den USA sagen, entweder ihr bezahlt selber oder wir sind nicht mehr dabei. Es ist nicht unser Krieg, es ist euer Krieg. Und wir müssen der Elite in Kiew sagen, ihr kriegt von uns kein Geld mehr. Oder ihr setzt euch an den Verhandlungstisch und dann muss verhandelt werden. Nochmal ganz deutlich, die ukrainische Elite füllt sich die Taschen. Der Tod der hunderttausenden Menschen ist denen völlig egal. Die wollen Geld verdienen und das muss einfach klar gemacht werden. Wir dürfen das nicht länger unterstützen und dann wird es eine Verhandlungslösung geben. In dem Moment, wo wir denen den Geldhahn zudrehen, wird es eine Verhandlungslösung geben müssen. Das ist dann gut für die Ukraine, es ist gut für Russland und am Ende natürlich auch für uns. Wir brauchen keinen Krieg in Europa. Wir brauchen keinen Krieg in Europa. Wir brauchen keinen Krieg in Europa. Wir brauchen keinen Krieg in Europa.